Der liebe Martin hat eine alte Honda Africa Twin in die Hände bekommen, die, das werden viele von euch gar nicht erfassen können, was das bedeutet, es gibt Zeiten vor der elektronischen Einspritzung, die Honda Africa Twin hatte nämlich einmal einen Vergaser und um das Tuning eines Vergasers und worauf man achten muss, das erfahrt ihr in dieser Racelab-Folge. Ja Martin, du hast mir schon gesagt, du freust dich sogar, dass da wieder mal was Altes in deine Werkstatt reinrollt nach den ganzen Hightech-Geräten. Wir werden im Übrigen für euch interessant auf die drei absoluten Todsünden beim Vergaser beziehungsweise bei Vergaser-Motorrädern eingehen. Jetzt anhand der Africa Twin 750er gilt für alle Vergaser-Motorrädern, worauf muss ich ganz im Allgemeinen achten? Wartung, Pflege, Abstimmung, was gibt es da Wichtiges zu beachten? Ja, Vergaser ist schon ein spezielles Thema. Ich bin ja mit dem Vergaser eigentlich groß geworden, wie man meiner Haarfarbe schon schwer erkennen kann. Genau, also ich komme eigentlich nur aus der Vergaser-Zeit und habe mich mit dem auch damals schon sehr intensiv auseinandergesetzt. Und der Vergaser ist jetzt nicht immer zu verteufeln, hat seine Vor- und Nachteile, auf die werden wir jetzt wahrscheinlich jeder noch ein bisschen eingehen. Die Todsünden bei einem Vergaser, wo man aufpassen muss. Was ein Vergaser an schwer übelnimmt, ist, wenn man mit Treibstoff gefüllt sehr lange stehen lässt. Aus folgendem Grund, jeder Treibstoff besteht aus bestimmten Substanzen, die dann bei langer Stehzeit, gerade in den Schwimmerkammern, der Vergaser hat ja, um Treibstoff vernünftig vergasen zu können, in den Ansaugkanal einen Vorratsbehälter, die sogenannte Schwimmerkammer. Und da bleibt der Treibstoff grundsätzlich immer drinnen. Das ist, man kann sich vorstellen, so eine Handteller, große Menge, was da drinnen ist. Und wenn die ja lange steht in dieser Schwimmerkammer, man kann sich vorstellen, kristallisieren sich einige Bestandteile dann aus im Treibstoff und verlegen sozusagen nicht nur die Schwimmerkammer selber, sondern natürlich auch die ganzen Düsenbohrungen, die da drin sind. Die sind ja je nach Bautype sehr aufwendig gemacht. Und habt dann das Problem, dass dort eben kein Treibstoff mehr durch kann, weil das verlegt ist und dann das Fahrzeug entweder nicht mehr anspringt oder nicht mehr vernünftig läuft. Also das ist so einer der Hauptpunkte, wo man aufpassen muss, wenn das Fahrzeug lange steht. Martin, wie kann ich das Problem lösen? Einfach Benzinhahn zudrehen und rennen lassen, bis es abstirbt? Ganz genau. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, wenn ich schon weiß, ich habe das Fahrzeug dann für längere Zeit stehen, wäre es zuträglich, den Benzinhahn, sofern es ein manueller ist, zuzumachen und die Schwimmerkammer leerlaufen zu lassen. Also nichts anderes zu tun, als zu drehen, den letzten paar hundert Meter, bevor man zu Hause ist, einfach dann noch mit zugemachten Benzinhahn Zuche rollen und dann das Motorrad am Stand noch laufen lassen, bis es ausgeht. Weil dann hat man zumindest gewährleistet, dass man den Großteil des Treibstoffes in der Schwimmkammer oder im gesamten Vergasersystem so gut wie möglich rauszubekommen. Und dann, wenn es dann länger steht, verdampft noch der letzte Rest, der drinnen ist, verdunstet mehr oder weniger, verdampfen nicht, aber verdunsten. Und man hat somit dann trockene Schwimmkammern und keinen Benzin, der drinnen vergammeln kann oder auskristallisieren kann. Und dann hat man eigentlich einen recht guten Zustand, um das Fahrzeug längere Zeit auch stehen lassen zu können. Also ich hatte dieses Problem natürlich öfters, weil ich also ein super ordentlicher Mensch bin, aber mit Benzinhahn kommen wir eigentlich zur zweiten Todsünde, weil eine zweite Todsünde beim Vergaser ist, den Benzinhahn, so man einen hat, den man abdrehen und aufdrehen kann, den offen lassen. Genau, also aus dem Grund sollte man ja, deswegen macht man auch am Benzinhahn dran, dass man den auch immer abdreht. Das ist deswegen wichtig, eben wie wir vorher schon erwähnt haben, dass die Schwimmerkammern und die Vergaser nicht permanent mit Treibstoff gefüllt bleiben, um eben dann eventuelle Probleme dann auch vermeiden zu können, die daraus entstehen. Noch dazu ergibt sich bei älteren Vergasern oft das Problem, dass die Dichtigkeit von der Schwimmerkammer zum Einspritztrakt dort, also zum Vergasungstrakt in den Ansaugbereich nicht mehr abdichtet und dadurch, durch den statischen Druck, der sich ja ergibt, durch den Treibstoff von oben, Treibstoff permanent in den Motorraum reingedrückt wird oder reinläuft und das ist dann eben genau diese Problematik, dass wir hier dann ungewollt Treibstoff in den Motorraum bekommen. Man merkt es dann oft gar nicht so unmittelbar, was passiert, wenn der reinrinnt. Es macht folgendes, dass der Treibstoff sich im Zylinder dann ansammelt, meistens an den Kolbenringen vorbei runterrinnt und sich dann schlussendlich im Motoröl dann wiederfindet. Also der verwässert mehr oder weniger dann das Motoröl, was natürlich die Schmierwirkung wieder deutlich herabsetzt vom Motoröl und somit die Beständigkeit des Fahrzeugs, also des Motors dann herabsetzt und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, das sollte man nicht unterschätzen, gerade bei älteren Fahrzeugen, wo die Abdichtungen nicht mehr so gut sind, sollte man darauf achten, dass der Benzinhahn immer geschlossen ist, wenn man das Fahrzeug dann abstellt. Und damit sind wir eigentlich, wären wir jetzt bei was anderem, eben bei Wartung und sonstigem Zeug, aber ich möchte noch auf die dritte Todsünde eingehen, die in Wahrheit jetzt nicht den Vergaser in seiner Funktion beeinträchtigt und der Fahrer kann jetzt auch nichts dafür, aber es geht um Höhenunterschiede. Wenn ich jetzt auf Berge hinauffahre, wer es von euch nicht weiß, der Vergaser schafft es sozusagen nicht jetzt die Menge des Spritz durchzulassen, die dann, Martin, du kannst das besser erklären oder die Leistung fällt ab, wenn man in höhere Regionen fährt. Ja, also es ist bei normalen Saugmotoren generell so, dass die Leistung grundsätzlich abfällt, je geringer der Luftdruck wird, weil natürlich auch der Druck im Zylinder sinkt und dadurch habe ich nicht so einen hohen Verbrennungsdruck da mehr drin. Also das ist ganz normal, dass ein normaler Verbrennungsmotor ohne Turboaufladung in größere Höhen, wo der Luftdruck geringer ist, einfach weniger Leistung hat. Beim Vergaser kommt jetzt leider noch eine Gemeinheit dazu, der schafft es nämlich nicht ganz, das Verbrennungsgemisch immer perfekt hinzuregeln, wenn der Luftdruck sinkt. Man kann sich vorstellen, wenn weniger Luftdruck da ist, kommt auch weniger Sauerstoff in den Zylinder. Das heißt, man müsste auch, um das Verbrennungsverhältnis wieder optimal zu halten, auch weniger Treibstoff einspritzen. Bei einer modernen Einspritzung wird das natürlich gemacht. Da wird der Luftdruck gemessen, Lufttemperatur und je nach Werten dieser beiden Parameter wird dann die Einspritzmenge errechnet. Das passt dann immer und hat somit keinen großen Einfluss, ob ich jetzt auf dem Berg oben bin oder unten bin. Beim Vergaser ist das allerdings nicht der Fall. Da kann man das nicht so gut regeln. Das heißt, der überfettet zusätzlich noch oben, weil der, kann man sagen, vergast annähernd die gleiche Treibstoffmenge, allerdings bei geringeren Sauerstoffzufuhr. Und das macht das Verbrennungsgemisch zusätzlich fetter. Das heißt, ein Vergasermotor verliert nicht nur durch den fehlenden Luftdruck oben die spezifische Leistung, sondern verliert zusätzlich noch durch die Überfettung des Gemisches. Also ich kenne das noch vom Frühjahr sehr gut. Ich bin damals mit einem 600er Supersportler, Vierzylinder Motorrad, auf sehr hohe Pässe raufgefahren, zweieinhalb Tausend Meter. Und so ein 600er Motorrad hat vorhause ja nicht so die massive Leistung von unten raus. Und wenn du dort kehren gefahren bist, hast du wirklich müssen in die Kupplung greifen, um genug Drehzahl zu haben, dass du noch in einen Bereich kommst, wo dir so viel Leistung zur Verfügung stellt, dass du noch vorwärts kommst. Also das war echt dramatisch. Das heißt, die Todsünde an sich ist vielleicht die Todsünde des Fahrers, zu erwarten, dass das Motorrad in den höheren Lagen die gleiche Leistung bringt. Das wird euch dann nämlich passieren, dass ihr nicht die volle Leistung habt. Martin, zurück vielleicht zur Africa Twin 750. Wieso ist sie bei dir? Wird da jetzt wirklich gewartet von dir und gepflegt? Oder sollst du auch ein Tuning machen? Ist Tuning beim Vergaser möglich? Ja, natürlich. Also beim Vergaser haben wir natürlich auch das Problem, dass der an gewissem Verschleiß unterliegt, was wir bei der Einspritzung jetzt nicht haben. Es ist so, dass beim Vergaser nach längeren Laufzeiten sich meistens der Düsenstock, das ist eben da, wo die Hauptdüse drin sitzt und wo die Düsennadel in den Düsenstock auf und abfährt, gemeinsam mit dem Schieber, schlägt sich der mit der Zeit aus, weil diese Düsennadel anschlagen kann an diesem Düsenstock. Das ist mehr oder weniger eine Führung, kann man sich vorstellen, für die Nadel. Und die schlägt es mit der Zeit ein bisschen aus und das hat zur Folge, dass das Fahrzeug mit der Zeit immer fetter wird. Also viele werden das vielleicht kennen noch von den älteren Fahrzeugen, dass es meistens bei hohen Laufzeiten von den Motoren meistens zu Überfettungen kommt. Und das ist der Grund, dass sich der meistens beginnt irgendwie auszuarbeiten. Das heißt, die kleine Nadel schafft es sozusagen, das mehr oder weniger undicht zu machen, weil die Öffnung zu groß wird, weil es ausschlagt. Ja genau, also die kleine Nadel ist eigentlich wie eine Passung, die natürlich bei Öffnen des Schiebers immer mehr aufgemacht wird. Also im Volllastbereich ist die Nadel kaum mehr da drinnen, aber der gesamte Teillastbereich oder bei sehr weit geschlossener Drosselklappe ist die Nadel fast vollständig in diesem Düsenstock drinnen. Und diese Nadel hat relativ viel Spiel und kann drinnen mehr oder weniger vibrieren und an den Düsenstock anschlagen. Und man kann sich vorstellen, bei so einem Vergaser oder bei einem Motor ist ja die Luft, die angesaugt wird, das ist kein kontinuierlicher Strom, sondern es ist ein Pulsieren. Das ist immer ein kurzes Ansaugen, dann macht das Ventil ja wieder zu, dann stoppt wieder die Luftsäule, dann wird sie wieder beschleunigt und somit beginnt das Ganze zu schwingen und zu vibrieren da drinnen. Und das ist der Grund, warum sich Vergaser mit der Zeit eben ausschlagen, besonders dieser Düsenstock selber. Und das ist etwas, was man mit der Zeit dann ersetzen sollte. Wir haben jetzt bei der African Twin eben auch den Fall, dass hier das Fahrzeug relativ fett läuft. Hier sind aber auch Modifikationen noch passiert am Motor etc. Und da geht es jetzt darum, das Fahrzeug wieder vernünftig abzustimmen vom Vergaserseite her, damit man hier auch wieder die volle Leistung aus dem Motor schöpfen kann. Das ist eigentlich der Hintergrund. Und im Rahmen von diesen Maßnahmen machen wir eine dementsprechende Vergaserreinigung, weil auch hier ist es notwendig, den Vergaser nach gewisser Laufzeit einmal zu säubern, von den Rückständen zu befreien, damit man auch eine vernünftige Abstimmung machen kann. Weil man kann sich das gut vorstellen, man hat da viele Bohrungen drinnen und Querverbindungen. Und wenn das beginnt einmal sich zuzusetzen, tue ich mir natürlich auch schwer, eine vernünftige Abstimmung zu fahren. Und deswegen gilt es einmal, die Vergaserbatterien komplett zu reinigen, sauber zu machen. Und dann beginnt man mit der eigentlichen Abstimmungsarbeit, wo man eben schaut, dass der gesamte Bereich von Teillast bis in den Volllast eine vernünftige Gemischaufbereitung kriegt, um eben das volle Potenzial des Motors dann auch freisetzen zu können. Weil du das jetzt angesprochen hast, dass du da eine Pflegemaßnahme anwendest, geht also Pflege und Tuning in einer Hand, also in dem Fall, ne? Genau, also in dem Fall passiert es gleichzeitig. Oft ist es so, dass einfach Fahrzeuge zu uns kommen, wo man mangelndes Laufverhalten des Motors bemerkt, beziehungsweise schlechtes Anspringen etc. solche Sachen. Da gehen wir in erster Linie her und schauen uns einmal die Vergaser von den Verunreinigungen an und reinigen die. Dann werden sie nochmal am Prüfstand gestellt und wenn wir dann sehen, dass hier nochmal Nacharbeit notwendig ist, dann fangen wir an erst mit den Einstellungen und Justagen. Meistens ist es so, dass es mit einer Vergaserreinigung und mehr oder weniger Instandsetzung, Erneuerung des Düsenstockes vielleicht, meistens getan ist und das Fahrzeug dann wieder sauber läuft. Kann man das selber machen? Also würdest du empfehlen, dass man einen Vergaser selber jetzt putzt und pflegt? Ist nicht ganz einfach. Es gibt verschiedene Vergaserkonstruktionen. So ein Vergaser ist in mancher Hinsicht recht komplex aufgebaut. Man muss sich das genau anschauen, wo sitzt welche Nadel, wo ist welche Feder drinnen, was muss leichtgängig sein, wo habe ich welche Dichtungen. Man muss da schon ein bisschen vom Fach sein, um das vernünftig machen zu können. Noch dazu kommt ja, dass wenn wir von Vergaserreinigen reden, wir das jetzt nicht einfach nur mit der Druckluft ausspülen, sondern hier geht es wirklich darum, den Vergaser auch in ein Ultraschallbad zu geben, um diese ganzen Angrustungen, die über die Zeit entstehen, die jetzt mit einfach drüberbindeln nicht abfallen, dass man die dann wirklich auch wegbekommt. Und vor allem in diese feinen Bohrungen drinnen. Da habe ich jetzt manuell keine Möglichkeit, das auf mechanische Weise zu entfernen, weil diese Bohrungen relativ lang und sehr dünn oft sind. Da kann ich nicht mit irgendwas durchfahren. Und da habe ich nur die Möglichkeit im Rahmen von so einem Ultraschallbad, aufgrund des Ultraschalls und diese Vibrationen, die da entstehen, diese Mikrovibrationen, sich das Ganze zu lösen beginnt. Das ist auch in einer gewissen Flüssigkeit drinnen. Die wird erwärmt. Und in Summe von diesen Einflüssen am Vergaser lösen sich dann wirklich die Verunreinigungen und habe dann die Möglichkeit, wirklich einen sauberen Vergaser zum Schluss dann zu bekommen. Und deswegen ist es wahrscheinlich etwas schwierig, wenn man das selber daheim machen möchte, weil man diese Utensilien einfach dazu braucht. Also nicht nur das eine ist ein bisschen das Fachwissen und das andere ist einfach das Ultraschallbad selber, das wahrscheinlich jetzt nicht so viele zu Hause stehen haben werden. Aber nur mit beiden kann man wirklich ein gutes Vergaserservice dann durchführen und auch eine gute Lauf-Eigenschaft dann zu bekommen. Das heißt, du hast jetzt beide Dinge angesprochen. Ich hatte damals auch kein Ultraschallbad und ich hatte tatsächlich auch nicht die Expertise, das machen zu können, weil ich habe einmal einen Vergaser aufgemacht. Also ich meine, gleich alles entgegengesprungen, weil da sind eben die Federn drinnen, die was auch immer fixieren. Ich habe halt die Teile nehmen müssen und bin zum Mechaniker gegangen und habe gesagt, ich weiß es nicht, tut mir leid. Mein Problem. Okay, und jetzt vielleicht abschließend noch ein Thema, das schätze ich für euch nicht unwichtig ist. Soll ich, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Einspritzmotorrad und Vergasermotorrad, Finger weg vom Vergaser? Oder was sagst du jetzt in Zeiten, wo halt Einspritzung normal ist? Also natürlich, die Einspritzungen haben einfach um vieles mehr Möglichkeiten und Qualitäten als jetzt der Vergaser an sich. Mit der Einspritzung habe ich wirklich die Möglichkeit, das ist auch das, was wir am Prüfstand bei Abstimmungen durchführen, wirklich für jeden Drehzellbereich und für jede Drosselklappenöffnung die richtige Einspritzmenge zu bekommen. Beim Vergaser ist das schwierig. Beim Vergaser habe ich nur mehr oder weniger drei Möglichkeiten, um alle Eventualitäten beim Fahrzeug abdecken zu können. Ich habe eine Hauptdüse, ich habe eine Leerlaufdüse und ich habe eine Düsennadel. Und mit diesen drei muss ich schauen, dass mehr oder weniger der gesamte Drehzahlbereich und alle Drosselklappenöffnungen korrekt abgestimmt sind. Und da kann man sich schon vorstellen, dass ich natürlich mit denen irgendwo immer Überschneidungen habe, wo das eine aufhört zu wirken, das andere beginnt zu wirken. Und da habe ich immer so Übergänge, wo ich mir schwer tue, eine korrekte Abstimmung oder so eine Abstimmung hinzukriegen, wo ich sage, das ist perfekt. Also der Vergaser ist schon rein von der Abstimmungsseite her eine Challenge. Also das ist deutlich schwieriger als jetzt die Einspritzung. Die Einspritzung hat noch zusätzlich den Vorteil, dass sie nicht so auf Ablagerungen reagiert wie der Vergaser, wie wir vorher erwähnt haben. Also die verlegt sich nicht ganz so schnell, die nimmt es nicht ganz so krumm, wenn das Fahrzeug einmal länger mit dem Treibstoff drinnen steht. Kann natürlich auch passieren. Wir reinigen ab und zu auch Injektoren, weil auch hier passieren Ablagerungen mit der Zeit oder Verunreinigungen, wenn es lang steht. Also das kann auch hier passieren, aber bei Weitem nicht so extrem, wie es das beim Vergaser heißt. Ist jetzt der Vergaser generell schlecht? Ich würde sagen nein, weil ein Riesenvorteil hat der Vergaser. Der funktioniert auch ohne Strom. Das heißt, habe ich mal das Problem oder man kennt es vielleicht von den älteren Fahrzeugen, dass die ohne Strom sehr wohl noch gegangen sind. Also wenn da mal irgendein Problem ist von Stromversorgung, Batterie niederbricht etc., kann ich so ein Fahrzeug ohne weiteres wieder ins Laufen bringen, weil der Vergaser braucht keinen Strom. Der braucht nur seinen Unterdruck. Der saugt Treibstoff an und schon hat er wieder ein zündfähiges Gemisch drinnen. Das einzige, was Strom braucht, ist dann die Zündung, damit er läuft und das haben sich bei den alten Fahrzeugen aus den Zündspulen, also aus den Generatoren selber rausgeholt. Das heißt, wenn ich den einmal manuell ins Laufen gebracht habe, habe ich einen Zündfunken gehabt und der Vergaser hat den Treibstoff reingegeben und somit ist das Fahrzeug gelaufen. Das heißt, wenn man es jetzt rein von der Betriebssicherheit sieht, wenn ich jetzt weiß Gott, wo hinfahren möchte, hat der Vergaser nicht unbedingt Nachteile. Weil es ja tatsächlich auch Motorräder gab, die gar keine Batterie gehabt haben. Ganz genau. Hat dann einfach ohne funktionieren müssen. Also das ist, so ist es. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Vorteil, der zum Beispiel in der Fliegerei heute oft noch hoch geschätzt wird. In der Fliegerei vielleicht noch ein bisschen dramatischer, weil dort ist der Motorausfall meistens ein bisschen gröber als jetzt bei einem Motorrad. Und da ist es dann nicht unwichtig, ein System zu haben, was 100 Prozent verlässlich ist. Und da haben Vergaser nicht immer nur schlechte Karten, sondern auch Vorteile. Kommen dann ein paar andere Sachen dazu, weil gerade in der Fliegerei haben wir dann mit den Höhenunterschieden, wo wir vorher drauf eingegangen sind, mit den Vergaser ja dann trotzdem noch mehr zu kämpfen, mit den Druckluftunterschieden. Da gibt es aber dann eigene Systeme, die darauf noch reagieren. Aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber um es ein bisschen zu demonstrieren, der Vergaser ist nicht immer nur schlecht oder ich würde ihn nicht immer nur schlecht machen. Er bietet natürlich nicht ganz diese Möglichkeiten, wie es moderne Einspritzsysteme mit sich bringen. Aber er hat schon seinen Sinn, war eine super Erfindung und hat über Jahrzehnte sehr beständig seinen Dienst verrichtet. Das heißt, man könnte es auf den Punkt bringen, wenn euch das mit der Batterie jetzt nicht ganz so wichtig ist und es tatsächlich ein Motorradmodell gibt, das in seinem Zyklus von Vergaser auf Einspritzung umgestellt wurde. Dann der Einfachheit halber kann man das Einspritzmodell empfehlen. Wenn es aber jetzt um diesen klassischen Zustand geht, dass gefälligst ein altes Radl mit Vergaser noch sein soll. Und ich finde auch, das Ansprechverhalten von den ersten Einspritzanlagen war nicht so super tadellos. Da hat man oft gesagt, der Vergaser war besser. Mittlerweile sind wir da auf einem super Level bei den Einspritzanlagen. Aber der Vergaser, das hat schon was Eigenes. Also wenn ihr drauf steht, wenn ihr auf das Oldschool steht, dann unbedingt Vergaser. Ansonsten der Einfachheit halber. Und ich glaube, damit bringe ich es auf den Punkt, dass die Einspritzung einfach einfacher zu handeln ist und viel mehr Möglichkeiten bittet, dann Einspritzung. Danke euch, also danke Martin für die Erklärungen. Danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr noch jetzt etwas unbehandelt findet, was der Martin und ich über den Vergaser geplaudert haben, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare. Wir werden es uns anschauen und darauf eingehen in weiterer Folge. Fürs Erste danke fürs Dabeisein bei unserem RaceLab, bei unserer heutigen Folge. Martin und Martin verabschieden sich. Tschüssi! Untertitelung des ZDF für funk, 2017